So, ich nehm's jetzt auf, so, blopp. Ja, so, jetzt mach ich hier weiter, blopp, so, weiter. Äh, ja, der Livestream funktioniert leider irgendwie nicht so. Ähm, mir wird gesagt, das ist kacke und, äh, äh, ist ein Legend-Dude. Dafür kann ich natürlich dann nichts, wenn ich die Technik nicht möchte, beziehungsweise der WLAN. Ich hab mich schon gewundert, warum du gesagt hast, mein Test hat alles nicht ge... äh, was, 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 was. Was hat er geschrieben, hab mich schon gewundert, warum du gesagt hast, beim Test hat alles nicht gelegt. Was? Verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Hm. Ja. Ja, Mark, das ist jetzt wenigstens so super. Dass es nicht super ist, weiß ich selber. Weihnachten nützt ich theoretisch einen besseren WLAN haben, hoffe ich. Hoffe ich. Theoretisch. Ja, es ging. Also, beim, beim Test letzte Woche, da ist auch nicht alles super gelaufen, äh, aber man konnte so sehen, also die, die es gesehen haben, die fanden das jetzt nicht so dramatisch. Die konnten damit, äh, konnten trotzdem damit gucken. Was ist denn das hier für ein Monster hier? Und das ist so ruhig, es ist irgendwie scheiße. Was sicher... Ja... Vielleicht ist der WLAN einfach irgendwie leer, oder keine Ahnung, ob der hat psychische Probleme der WLAN oder so, ich weiß es nicht. Mal, stecken wir jetzt die Eger dran, es ist erschien, ich hier, wenn ich den Ton nicht höre. So. Ich muss hier theoretisch den Ton gleich hören, hoffe ich. Geht doch, jetzt kann ich eigentlich am Fernsehen mitgucken. Ach, und jetzt höre ich auch den Ton. Juhu, Ton. Macht es viel mehr Spaß, aber ein bisschen zu laut. Also, nächster Welle in elf Sekunden. Ja, wunderschön, die Soundeffekte hier mit... So groß ist die Map gar nicht, ne? Aber überall diese scheiß Hunde, oder was das sein soll, haben wir eigentlich wieder Muni... Oh ja, wir haben wieder Muni, das gefällt. Können wir eigentlich durchgehen? Was ist das hier? Unlock Area. Oh, Alter, ist echt mir erschrocken. Fick dich. Geweckt. Was, was, was? Ne, 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 nicht schlagen. Oh, Leute, guck mal, der will mal High-Five geben. Gib mir High-Five. Ne, was ist das geschrieben, weil meine Leitung packt sowas auch nicht. Ja, und dein Schlag war, dein Vorschlag war, in 10 Stunden, äh, Laststück mal zu machen, äh, mal. Lustig. Alter, ich komm hier nicht mehr raus. Meine Fresse. Steck dich dauernd fest. Oh, geil, meins. Schwimm mal ab hier. Ich meine, ich antworte hier kurz. Aber, warte, 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 warte. Aber, 10 Stunden, stream, dein. Boah, Schlag. So, mit einer Hand schreiben, hier wunderbar. So. Na, la, 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 er geht weg. Geh weg, ich muss mich weg. Oh, oh, der kann er räumen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Black Ops 2 oder so, ne? Zwei mit diesen leuchtenden Augen, Gedulds-Zeugs und so. Oh, ist das schon, ne? Oh, ich mag dich nicht. So ist natürlich ein... Oh, Gott. Du leckst mir noch, ja. Jedes Mal anzuschliieren, das irgendwie dauert zu lange. Der Trigger, finde ich persönlich, macht sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Also, Der Trigger 1 ist einfach mal so... Ja, das ist Larifari. Also, nein, ist nicht. Aua. Alter, was denn los hier? Geht mal weg. Sucht euch Kinder oder so. Boah, ich verschwende ja auch Mund. Ja, also, Der Trigger 1 und Mariana, du hast gesagt, dass alles klappt. Geht's. Klappen tut nicht immer alles, Marc. Aber es geht. Ach, keine Ahnung. Letzte Woche hat's ja auch funktioniert. Aber war's letzte Woche? Was? Letzte Woche? Schon... Kommt mir so kurz vor oder so lang vor, keine Ahnung. Aua. Ich muss mich in Ruhe. Ich muss mich heilen gehen. Wo war in jedes Teil? Oh, nö, da kommen wir noch mehr. Da geh ich jetzt nicht hin. Oh, nö, der kann rennen. Aua. Wo ist denn jetzt hier... Ach, hier, da ist die Heilung. Heilung, gib mal her. So, geheilt. Oh, nö, keine Muni mehr. Aua. Geht weg. So, hier, Säge. Bitteschön, hier. Ein bisschen Matsch-Trampe. So. Wo war jetzt die Muni nochmal? Äh, da. Da, da, da ist sie ja. Gut. So, was? Sie macht jetzt eigentlich... Alter, jetzt stecke ich hier fest. Was für ein Müll. So, gehen wir weg. So, Welle 2. Geschafft, geschafft. So, jetzt müssen wir mal nur wissen, wo denn hier, bitteschön, die... Leuter wechseln automatisch, wie unfair. Ähm, ist denn jetzt hier... Hallo? Ja, Marc, ist denn die Stimme auch laggyhaft oder nur das Bild? Du kannst es nicht so... Was ist, kann man nicht so angucken? Ja, keine Ahnung. Bei mir sieht es anders aus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum es bei dir so aussieht. So, jetzt habe ich mir... Oh, jetzt habe ich mir einen Booster gekauft. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich Munition haben. Ja, du, Marc, leckt denn jetzt die Stimme oder... Ah, hier ist Muni. Na, ja. Oh, jetzt stimme hier oder was. Alter, was ist denn hier immer los? Ja, da guckt er so dämlich. Idiot. Und die Stimme, was nicht juhu. Und die Stimme und die Stimme. Oh, leider kann ich nur mit einer Hand schreiben. Das sieht so ein bisschen... Ja. Keine Ahnung. Darf ich noch mal einen Map machen oder wann mal wird? Wir können mal was anderes spielen. Wir können ja mal... Eigentlich wollte ich jetzt... Was für halt acht spielen, aber wir könnten ja mal... Hier, hier. Kann ich mich so ein bisschen aufregen, ups, ah. Na, weg da. So. Mach mal das Trigger lieber weg. So, alles leckt, wie man versteht. Nicht, was du sagst. Na, toll. Ach, das ist doch Bullshit, alles. Ja, weißt du was, Marc? Wenn du nicht gucken möchtest, dann guck einfach nicht. Ich guck mal selber, wie es gerade aussieht. So, Level 1 machen wir einfach mal. So, könnt ihr euch ja durchlesen. Solange guck ich mal hier, wie denn mein Video wird geladen. Das ist ja super. Ah ja, das sieht ja echt toll aus. Oh Gott. Ja, dann warte mal. Dann mach ich mal kurz hier auf Stopp. Äh, mal Stopp hier. Internet, Stopp. So. Tageszeit oder Nacht? Äh, nämlich Tageszeit. Okay. So. Das U. Oha. Die Steuerung ist ein bisschen schnell. Ist natürlich jetzt nicht das schönste Spiel. Das ist, äh, ist jetzt auch nicht so toll von der Performance her. Aber es ist lustig. Was? Hart. Nacht. Na, super. Hart Nacht. Schön, dass du es auch schon sagst. Gut, dann nehmen wir die Hart Nacht. Die harte Nacht. Äh. Neue Spiel. Straße. Hart. Nacht. So, bitteschön. Da verändert sich auch gleich die Musik. So, warte. Hier ist er okay. Bitteschön. Was ist ja anders, wenn hier eine Mücke rumfliegt? Was war das? Ist er schon da, oder was? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, da oben. Oh, lol. Wo ist er hin? Der war doch gerade noch da oben. Ist verzögert. Ah ja, ist verzögert. Okay. So. Wo ist er? Der ist doch noch hier irgendwo. Das krisselt doch die ganze Zeit. Mir gefällt das irgendwie nicht. Ich glaube, hart ist nicht so eine gute Idee. Ah, das ist so ein Blatt, oder? Irgendwie sind die gerade schnell hier. Was? Achso, den haben wir gefunden. Ich sagte gerade, hä? Wo ist er hin? So. Schön, dass man hier so schnell ist. Mann, was hat er denn? Da geht die Straße. What the? Alter, da ist er schon wieder. Arschloch. Geh weg. Das ist er schon wieder. Alter. Ich sehe nichts mehr. Hör auf damit. Bei euch sieht das ja sehr schön aus. Sehr schön. Sag mal Bescheid, wenn du das liest. Achso. Ja, da habe ich es nicht aufgepasst, du. Ähm. Soll ich dann zurückschreiben, oder soll ich dann was sagen, oder wie? Upsa, wo laufe ich denn hier hin? Bleib einfach auf der Straße. Oh, da ist ein Haus. Gehen wir mal ins Haus rein. Ob man da rein kann, ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt nur die Farm gespielt und die Farm war jetzt nicht so atemberaumt. Also es ist natürlich, wie man schon hier an den Autos sieht, wie ihr gerade gesehen habt, äh, nicht gerade so ein tolles Spiel. Wir spielen auch gleich Slender Rising. Das wollte ich euch nur mal zeigen. So eine Art Klon von Slendermel. Gibt es ja schon tausende von, von denen... Na gut, tausende, nicht hundert vielleicht, oder so. Ich weiß es nicht. So ab jetzt schreiben. Okay, so. Was? Achso, das war's Blatt. Oh, das Blatt macht immer so schäbige Geräusche. Gut, nix mit 480p-Stream. Oh, 23 Sekunden. Naja, vielleicht hätte ich es schon ein bisschen später gesehen. Äh, schreibt mal jetzt sowas. Hast noch nicht? Ich meine noch nicht. Ich meine noch nicht. Ich gucke jetzt gerade nicht aufs Spiel, sondern... Was? JP? Was? JP? Also, ja. Hier, hier, okay. So. Ist JP jetzt irgendwas geschrieben, oder was? Also, JP heißen. Joblos, oder so. Was ist das denn da? Ich würde es darstellen. Bremt da jemand, oder was? Ach, nix, Feuer. Sieht ja scheiße aus. Du hast gesagt, schreib was los. Nochmal, Countdown. Okay, ein Countdown. Oder war er gerade? Ein Countdown. 3, 2, 1. Schreib! Äh, ja. Ach, du Kacke. Geht der scheiß aus. Oha. Eine, ein Haus. Mit dem Fernseher. So. So sieht man live stream übrigens aus. So sieht der aus. Sag einfach, hab bekommen. So, hab bekommen. So. Toller live stream. So sah er aus der live stream. Aha. Ach, jetzt geht nochmal hier lang. Hier ist auch kein Platz. Obst du, der steht jetzt hier nicht. Mann. Ah, hier ist er. Was stand denn da? Was stand denn da? Kann das einer von den Seen oder so? Wann mal. Mann, ich kann es nicht selber sehen. Scheiße. So, gerade mal drei Seiten. Hallo? Ich da wär. Ich geh lieber wieder zu meinem Livestream und guck da ein bisschen. So. Also nochmal. Also nochmal. Wie nochmal. Oh. Ja, den hab ich jetzt nicht gesehen. Ah ja, Bewertung schreiben. Na klar, machen wir doch. Nicht. Oh, das geht aber nicht. Wie schade. Ne, lassen wir jetzt hier dieses scheiß Slender Dingsbums wegmachen. Das Gedönsel. Und geh mal lieber auf unseren heißbegehrten Slenderman Rizing. Oder Slender Rizing. So, nochmal einen counteren und dann schreib ich Pups oder also Feuer. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Schreib. So, jetzt bleib ich mal nur hier und schreib schon mal was rein. So, ich schreib schon mal jo rein. So. So, dort der Lang bei dir. Do, 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 do. So. Okay. so wir spielen natürlich der idee ist am besten hier in den spiel das sieht schön am schönsten aus und das spiel man natürlich unsere heiß begehrte lieblings im app die etwas haken tut also wieder so was wir dürfen ja nicht rennen so du du kommst hier stoppt drücken wenn wir keinen stoppt drücken gut ich guck mal kurz 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 bei mir steht immer noch 13 nur so als Info ich kann ja mal Neuladen machen ich lade mal neu hat keine Weile dauernd bei euch könnt ihr es lenken so live ja wunderschön so ich drück lieber wieder Pause dass er sagt einfach hab bekommen ja ich hab's bekommen ach so das ist ja Entschuldigung das war jetzt nicht an dich manchmal geht der Text irgendwie so ein bisschen hoch keine Ahnung ist auch egal so was haben wir denn hier so finden wir so das ist ja natürlich wie man sieht ein total anderes Ländermann also viel detaillierter viel geiler gemacht viel viel toller viel viel geiler und ähm was steht da das war schon wieder so ein komisches Gesicht ähm und dann dachte ich übernehmen wir jetzt einfach mal die Map hier wenn die war eine der ersten Maps die wir gespielt haben beziehungsweise Let's Played haben die ist finde ich persönlich am geilsten die ist am gruseligsten ähm nicht so irgendwie oh hier fliegt gerade ein Helikopter oder so draußen ach man ich stecke hier manchmal fest äh oh da ist ein Blatt you are the scarefizze wat für ein Ding Volker sag mal was das heißt ich kenn das Wort nicht wäre nett wenn du mir sagst was scarefizze oder scarepups heißt keine Ahnung ich hab so ein Wort noch nie gesehen ich hab erst scarefizze gelesen ach hier steht was ähm du bist ja ein Troll ja also du machst counten ich stoppe die Zeit und wenn du die Nachricht puffst bekommst hast du äh hast sagst du deutlich ich hab's bekommen also bitte nochmal ach so ich dachte ich soll was reinschreiben okay äh ich hab's bekommen schreibe ich dann äh sag ich dann okay okay ich hab's verstanden drück ich mal lieber auf stopp ach so counten ja ja counten und counten vergessen ähm äh 3 2 1 schreib so so bin gespannt und dann muss ich sagen hab's bekommen okay gut ich dachte ich muss was reinschreiben ah juck juck so pupst ja hab's bekommen oh lol lass mich in Ruhe so ich hab grad hab's bekommen gesagt ne weil du das mitgericht hast nachdem wir jetzt da so gefangen wurden fast so oh alter geh weg das umdringen ist aber auch schwer so 18 sekunden ach ja gut danke 18 sekunden verzerrung ist ja kein wunder mann wie oft will der denn noch kommen wir haben eine seite hau ab du kommt jetzt hier wieder oder was meine fresse ist ja schäbig so wie er steht schon wieder hier ne gut so gehen wir mal hier lang ach man ich kann hier irgendwie nicht sitzen ach Gott so da ist wieder eine seite komm mal her seite ja ja will ich jetzt gar nicht wissen so Holger du hast immer noch nicht gesagt was dieses Scarefitzel heißt da Scare Fassi Passi Putschi Kluschi keine Ahnung oh hau doch mal ab du meine Fresse ist ja nervig alter der war doch grad noch da hau ab jetzt hier oh lol der hat uns nein 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 dreh dich um dann weg das ist ja schäbig ey schäbig ja ich weiß das nervt so wie lange nehmen wir auf 33 Minuten ist ja super na gut ich glaub ich mach dann keinen 2 Stunden Livestream ähm vielleicht eine Stunde oder so Stunde ist auch noch okay oder nicht dass die Platte voll geht so hier ist wieder eine seite irgendwo Holger jetzt sag mal bitte was dieses Scareface Fuzzi nee Scareface ist ja nicht tot 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 ja das ist deutsch das kann ich lesen nee da also Scareface ist ja Grusel Gruselgesicht so ne Art Gruselgesicht also Gesichtskusel oder so versteh ich schon aber da stand Scarefizzi Fuzzi keine Ahnung ich kenn das Wort nicht ich hab das noch nie gesehen außer jetzt natürlich wäre nett wenn du was keine Ahnung hast du denn so viel Zeit für ne Stunde ja so genug Zeit hab ich ich könnte auch zwei Stunden als Schimahankai also das ist nicht das Problem also die Zeit ist kein Problem meinst du Jumpscares ne nicht Jumpscares stand Scare irgendwas mit F Fies oder so Leute da steht schon wieder da das ist wohl ne Seite ja da ist ne Seite oh hau ab du geh weg geh weg geh weg alter ich kann hier nicht umdrehen so wo ist die Seite da ist die Seite äh ne ich mein nicht Jumpscares you are fear herz ja ja wunderschön ich hof aber keinen an so viel von sieben Seiten das ist ja mal ein Anfang also wie gesagt genug Zeit hätte ich natürlich ich könnte auch bis 20 Uhr ein Stream machen wäre nicht das Problem nur Problem ist dann die Platte oh ne wir sind in der Sackgasse und ich höre schon den Herzschlag beziehungsweise nicht den Herzschlag sondern die Trommeln ähm ja nicht dass die Platte verläuft meine ich damit äh weil ich nehme auch gleichzeitig noch auf ähm weil die die den Leistung verpassen so als Special wie gesagt das soll ja eigentlich ein äh Special sein dass sie das nicht verpasst haben oder so und äh wie gesagt ich meine nicht Jumpscares ich schreib jetzt einfach mal nix rein und muss die Maus aus ja die Maus aus nicht dass die Akku leer wird wo ist denn diese schäbige Seite ach wir gehen jetzt einfach mal hier lang so da war er doch gerade oder nicht ne da hat sie aus so hast du was das heißt deine Angst hat ihn herausgefordert oder so ah ja ok gut danke so da haben wir auch eine Seite wo ist denn die Seite da ist die Seite ja 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 wunderschön keine Ahnung was das heißt ich kenne das Wort wie gesagt nicht so wie viele Seiten haben wir hier 5 deswegen kommt jetzt diese komische Luft hier oh nö es wird immer lauter hier auch Marc was schreibst du denn immer für eine komische Fresse da rein was ist denn jetzt so alter was ist denn los hier lol der war doch gar nicht da was war das denn ok jo das war lustig total toll verkackt super dann spielen wir Badland das ist Marks Gesicht Singleplayer ah nee weißt du was wir machen was lustiges wir machen mal Multiplayer hier einmal so der bleibt hier und noch einer den nehmen wir mal hier drei Auge so und so und dann spiele ich mal zwei Leute fick dich naja also ja mein Teuger damit nicht mich so mal sehen ob ich das hin bekomme alter what the fuck das ist schon oh Gott das kann nicht alter was das sind Segen zu scheiß wo das wissen achten ist klar vor um das Spiel hier werde ich auch mit Holger zusammen als Let's Play machen Prozent mit Holger mit Marc zusammen vielleicht sogar zu viel es geht ja sogar zu viel vielleicht kriege ich ja noch welche hin das wird dann lustig hier viele Leute Prozent mal sehen ob das denn klappt oder ob wir das dann machen nicht als Livestream sondern als Let's Play wie gesagt auf dem YouTube Channel ähm und ähm das werde ich hier auf jeden Fall auch noch als Singleplayer durchspielen aber ich meine dass wir auch noch mal diesen Multiplayer machen denn der ist echt lustig da muss man echt ablachen da habe ich meine Holger und Marc hat mal schön auf der Hofpause in der Schule ges- äh zusammengespielt und das war echt lustig was ist das denn hier? bewegende Eier oder was hier? flupp 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 oh Gott oh Gott was soll denn das Dach stellen bitte? flatsch flatsch boah tausende alter tausende Viecher hier und der eine der ist ganz alleine und ist winzig klein das ist super 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 was Holger hat immer gewonnen nee du hast nicht gewonnen am Anfang hast du gewonnen aber dann habe ich immer gewonnen oder wir sagen einfach wir haben gleichberechtigt gewonnen so was ist das denn hier? was wackelt da denn? ich mach mal nein wir sind tot scheiße oh Gott oh meine ich meine Hand tut langsam weh so los geht's hier wie Ventilator ich meine tot okay wie hoch damit hau ab oh nö jetzt komm ich nicht durch jetzt komm ich nicht durch jetzt komm ich durch so flupp er hat immer gewonnen ja 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 blupp 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 so lassen wir mal durch hier wow wow nein nein wir stecken fuck mimi 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 ach Gott gut dann spiel ich mal als Singleplayer probiere ich den mal aus und dann habe ich aber nicht gerade weil ich gespielt nicht mal hier Dschungel meine Hand tut weh oh ho zu viel Schleudergang Näh, das ist die rechte Hand, die tut weh. Ich bin links Sender, nicht rechts Sender. Also nicht die Hand tut weh, sondern eher der Daumen, weil ich habe ja hier diesen HDMI, Lightning to HDMI Stecker und der macht das, dass meine Hand irgendwie ein bisschen scheiße am Handy liegt und nach einer Weile tut das weh. Boah, von dem ich immer eine Bewegung machen muss. Aber wie gesagt, links Sender, nicht rechts Sender. Meine rechte Hand tut weh, nicht die Hände. Daumen, was? Daumen, Finger, Gang. Was? Daumen, Finger, Gang. Daumen, Finger, Gang. Stehe ich nicht. Ach, wir sind ja gerade gestorben, habe ich gleich mit dem Gericht, weil ich die gerade gelesen habe. Juhu, wie toll. Klub, klub, klub. Oh, nö. Oh, nö. Also, wir leben noch. Ich dachte gerade, nein, tot. Daumen, Finger, Gang. Oh, nö. Oh, toll. Schön zermatscht. Nein, 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 nein. Oh, nö. Oh, nö. Komm, flieg, flieg. Scheiße. War ja klar. Oh, oh. Schnell durch. Oh, das ist ja klaff. Und jetzt hier liegen bleiben und sterben. Siv, erzähl ich dir morgen in der Schule. Okay. Warum schreibst du dann Siv? Alter. Die Stelle regt mich jetzt schon auf. Immerhin besser als Limbo. Flup. Flup. Wir können ja... Ach nee, das ist dann schwarz. Oh, 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 oh. Schnell da hoch. Und flup, flup. Haha. Ein. Safe. Zwei. Klon. Ne. Der ist ein Klone? Okay. Ha. Resume. Sieht schön da hinten aus, ne? Und gut, ihr seht's natürlich nicht so schön. Ihr seht's in ner scheiß Qualität und bei euch leckt's auch noch. Es ruckelt bei euch, ne? Super. Sieht da echt scheiße aus bei euch. Ihr tut mir leid. Nett, ne? Ich weiß. Los, hoch da. Bopopop. Oh man, ey. So, hier hoch, da und da. Ach Gott. Also ich sag mal so, vom Internet wird's natürlich nicht besser. Ähm. Von ner MB-Zahl her. Aber vom WLAN her wird's besser. Denn DH-WLAN stürzt oft ab. Der kackt schnell ab. Das ist so ein scheiß Wuder von WLAN. Gedöns, Müll, was auch immer. Ähm. Hey, drei Zuschauer. Bei mir stehen immer noch 13. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, ich hab auch keinen Game-Namen drin. Also daher. Äh. Klingt das nicht viel. Drei Zuschauer oder keine. Ich könnte natürlich jetzt irgendwas reinschreiben. Ähm. Slenderman oder so. Aber dann müsste ich den Livestream nochmal neu machen. Äh. Keine Ahnung. Irgendwas müsste ich dann anders reinschreiben oder so. Dann würde theoretisch mehr gucken. Oder mehr Abrufe oder wie auch immer. Wie gesagt, bei mir steht noch 13 da. Ich könnte ja ein Foto machen oder so. Oder jetzt hier einen Livestream zeigen. Ich weiß es nicht. Ähm. So. Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ist ja mein erster Livestream und ähm. Jo. Im Test-Livestream haben zwar mehr geguckt. Aber da habe ich auch nen Name gesagt. Also hier Minecraft Pocket Edition habe ich reingeschrieben. Oder Slenderman Rizzing reingeschrieben. Und da haben dann auch 4, 5, 6 geguckt. Und jetzt steht bei mir 13. Wie gesagt. Ich kann ja mal gucken. Was steht dann? Sieh. Sieh. Es ist ein sogenanntes Allgemeinwort. Das man in jeder Situation benutzt kann. Zum Beispiel auf Toilette. Ah. Sieh. Fuck. Ah. Ist draußen. Oder was hast du das bekommen. Sieh. Was ist draußen oder was hast du das bekommen? Sagt mir einfach morgen. Was das heißen soll. Ich weiß es nicht. bei mir steht immer noch 13 ich kann ja noch mal neu laden ladet sich aber theoretisch mal neu zeigen einfach mal so schön hier steht 13 da kann man es sehen kann man nicht sehen egal so nach 13 13 steht bei mir so sieftiger hören lesen hören lesen was in iran lesen ja ja leutchen leutchen so warum schreibst du immer sie ich bin ich steve hh lustig komm ich da nicht mehr raus wie soll ich jetzt hier rauskommen ha ha lustig ich hätte sie unten lang oder wie noch viel zu fett um durchzukommen was ist denn das für ne logisch hier äh verstehe ich nicht und hier die sammelpunkte einsammeln hier oder wie dann hier schnell rein oder was ich check's nicht und tot die 13 steht dafür wie viel auf seinen channel bei twitch angeklickt haben glaube ich ja ich guck ja das würde ja dann im profil dastehen wie ich hier geguckt haben bei mir stehen auf dem bad 13 da die gerade live gucken das ist jetzt gerade live was da steht ihr seht also das bild ach egal ist ja auch egal wie sie gucken hauptsache ihr guckt hauptsache bei die schnuckis guckt ja schön dass wir immer sterben wie kommt man hier weiter ich weiß es nicht ach guck mal ach die werden auch verkleinert ach so so leicht hätte ich nicht gedacht dass wir durch hier so jetzt hier ein speedboost miau 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 und hoch da und jetzt sind wir wieder alleine lassen wir raten jetzt kommt das ziel oder so und dann steht er da und komm zu wieder ganz viele klub 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 bloß verkehrt sich verkehrt sich nein nicht du der hat das ziel ist da ich hör schon ich höre es das ist schön dass es jetzt kommt da ich viel lustig und sich durch buchelig durch mich ja versucht da kommt erst mal die lobe nachricht ich finde du in der labu lustig ist echt gut warm warm kaputt nicht kaputt und neue Mitglieder ja ich bin nur als das ist so eine standardnachricht die immer kommt bei labu ich bin ja gerade gar nicht online eigentlich also im internet bin ich ja gerade nicht online da wie ihr sehen könnt Flugmodus so ist die Nachricht auch schon weg sief ja schön dass du sief schreibst weißt du nicht was es bringt alter alter wow was ist los hier Massensterben hier ja kann ja sein neue Mitglieder ähm aber das ist immer glaube ich so eine Monatsnachricht oder so ich war schon lange nicht mehr drauf so eine Monatsnachricht ist es glaube ich ähm die angezeigt wird oder so egal ob man online ist oder offline wie man gesehen hat ich war offline und daher bringt das natürlich logischerweise nichts so jetzt hier ähm gut wir haben es auch geschafft ähm so eine Monatsnachricht und die wurde dem Tag angezeigt egal ob man online ist oder offline wie gesagt schon wieder zum tausendsten Mal oder so warum komme ich hier nicht weiter irgendwie fliegt er gerade nicht mehr so gut oha alter warum fliegt er so scheiße ah jetzt geht es irgendwie wieder keine Ahnung Traum ist im Arsch oder so haha er ist im Arsch nee ist er nicht ist denn das ein Frosch da hinten oder was soll es darstellen iiii das sieht ja eklig aus Froschvogel oder so mal hier stopp hier wo ist Stopp-Taste da ist die Stopp-Taste ich will mal lesen ich weiß mit sie ist gemeint was ich weiß was mit sie gemeint ist also sie ist ein Wort welches der YouTuber Albert Thornsson erfunden hat hat keine wirkliche Bedeutung er wollte nur ein Wort erfüllen und es ist möglich weit verbreiten Digger heißt sowas wie Kumpel ja das Digger Kumpel heißt weiß ich auch sie ist sie als schön dass das hier noch dass wir hier es sie sie haben die Stich sie ist die es liefst die hatte ich steckte fest dass sie verarschen jetzt steckte ich das ist in so einem kleinen Pups gedöhnt die in Katz ist L wird er hat ein Geschichtsstunde mit Holger die Stichstunde mit Holger ja die ist kein Geschichtskunde sondern ähm Worterklärung Lerung Prozent nach genau dann nennst du es ich hätte schon wieder fest ha ha du bist die neue Frau Habeck das Habeck die nicht unsere Musiklehren oder was was hat sie damit Geschichte zu tun komm 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 na ja ja hoch zu den er nach ja in auch kohler was ich bringe mir morgen 20 liter cola mit das ist frau bern dann viel spaß mit dem tragen mit 20 liter cola wird ja schön schwer auf den fahrrad ne es ist doch hier alles so nein der linke mann ja stimmt ja sorry so jetzt noch mal letzter versuch wenn man es jetzt nicht schaffen dann dann so jetzt hier hoch ja dann schaffen wir es ja wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft nein 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 komm 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 da ist gleich das ziel das ist das ziel fliegt fliegt dass er das sind fliegt fliegt und flug jawohl bergländer komplizieren all new games level in one day in one day maybe we own so maybe bietet die dritte nachmach was hat sie denn schon wieder darüber die lehrer was hh mark du bist lustig diner kongress ich habe mit ihnen gesehen jetzt habe ich Hunger so nun erzähle ich euch was über den wiener kongress a äh, oh, jetzt habe ich eine Wiener gesehen, jetzt habe ich Hunger. Ah ja, das ist ja toll. Ja, Marc, dass nicht alle 100 zugucken ist logisch, ne? Ich meine, nicht jeder hat einen Livestream-Channel oder auch nicht jeder hat heute gerade geguckt, was ich für ein Video hochgeladen habe, die Informationen über den Livestream. Ich hab's auch, glaube ich, ein bisschen zu spät hochgeladen. Ich hab's mal gestern hochladen sollen. Hab's aber jetzt erst gemacht, das war sehr schlau, aber naja. Ist ja auch der erste Stream. Nächstes Mal nenne ich einfach mal anders, dann gucken wir... Alter, was ist das denn hier? What the fuck? Oha. Es werden immer mehr hier. Durch da, durch, durch. Ptsch, ptsch. Hui, alter, alter, es wird immer mehr hier. Und immer dicker. Free Willy. Oh, nur noch einer da. Wow, das war knapp. Okay, ich spiel wieder Dead Trigger. Ich spiel gleich Dead Trigger, soweit wir das Level hier geschafft haben, okay? Wenn wir es denn schaffen. Okay, wir spielen gleich wieder Dead Trigger. Keine Sorge, wir spielen... Wir spielen Dead Trigger. Okay. So, wir spielen wieder Dead Trigger. Ja, schön. So, jetzt seid ihr wieder gefragt, welches wollt ihr sehen? Äh, wollen wir wieder Weihnachten, lieber Weihnachten spielen? Oder Blood Subway, die ist lustig. Blutige, äh, U-Bahn. Da hab ich noch nicht gespielt, wie man sehen kann. Joa, der Friedhof ist lustig. Das Stadion ist auch cool. Aber bis jetzt hab ich, glaub ich, eher das gespielt. Ähm. Schönes Kommentar, Marc. Ganz toll. Ja, es... Äh, ach, egal. Team Deathmatch of Havanna. Was? Was labbelst du denn da? Team Deathmatch of Havanna. Ah ja, das ist ja... Was hat denn das hier zu tun? Zock mal Hijack it. Siehst du hier irgendwo das? Ist kein Black Ops 2, Leute. Äh, ja. Was sollen wir denn nun nehmen hier? Ich sehe hier kein Hijack it. Zock mal Hijack it, Hijack it. Ja. Ist immer noch nicht da. Was denn nun jetzt hier? Spiel Freefall. Was? Jetzt seid mal bitte ernst. Freefall All. Ah ja. Wie soll das gehen? Spiel Demax? Was? Was? Äh. Du meinst X-Mess? Nicht Demax? Ich glaub, er meint... Ich glaub, er meint X-Mess. Oh, Marc, deine Frage ist einfach... Äh, das ist das Fünfer. Das 5S ist gestern abgereist. Konnte aber damit noch schön aufnehmen. Ein paar Gameplay-Videos von, äh... GT Racing 2. Hallo. Bist du der Weihnachtsmann? Alter. Äh, tut mir nämlich schon wieder je weh. Oh, leu. Jetzt kommen die alle hier angekackt. Äh. Was? Spiel mal RTL? Ne, RTL gibt's nicht. Das oder ProSieben. Hä? Was ist denn RTL ProSieben? Hier gibt's kein RTL oder ProSieben. Oh, jetzt geht er auch mal weg hier. Ich hab keine Geschenke für euch. Genau, die denken, ich bin ja Weihnachtsmann. Was ist denn das hier? Kann ich damit machen? Nüscht. Oha, da kommt er schon. Oh no, ich komm noch mehr. Geht weg. Oh no, geht weg, geht weg. Nein, nein, nein. Ne, ich hab, äh, GT, GT Racing 2 Gameplay aufgenommen von Asphalt 8, ähm, äh, Gameplay aufgenommen und von, von, von Modern Bombay 4 ein Gameplay aufgenommen, äh, aufgenommen auf den 5S. Ähm. Der Trigger hab ich leider nur ausprobiert und vergessen, ihn aufzunehmen. So, jetzt gibt's ihm ein paar Schnitzel. Was ist das? Warum sind wir denn immer alle in Zeitlupe? Holger, weißt du, bist du der Experte. Äh, was steht da? Aha, Holger, wir trollen ihn voll. Äh, verlost du noch eine 10 Euro Paysafe-Karte. Klar doch. Klar verlose ich eine. Ich hab auch grad so viel Geld, ne. Hab ich gerade, grad mal ausgegeben für eine 50 Euro Paysafe-Karte. Ähm. Für ein Spiel, das erst am 21. rauskommt. Ist ja bald. Aua. Ähm. Genau, ich verlose ein, ich verlose einen, äh, Gaming-PC für 5000 Euro. Äh. Äh, nein. Schön, dass ihr mich trollen tut. Ihr seid sehr ernst, wenn ihr mal so ernst in der Schule sein würdet. Ah, lustig. Ich weiß. Ah, das muss ich grad sagen. Ich weiß. Boah, der Hund nerft im Hintergrund. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Juhu. Was? Aber mal gucken, wer von uns dreien gewinnt. Ja. Ist ja super. Boah. Keine Ahnung, wer von... Man braucht nicht so einen Zufallsgenerator, der euch auslosen tut. Nicht, dass ich das hier mache. Und dann wird gesagt, äh, du hast mich... Du hast mich nicht ausgewählt, weil... Punkt, Punkt, Punkt und... Punkt, Punkt, Punkt und keine Ahnung. So, kriegst du jetzt hier irgendwo Herz oder so? Ich brauch ein bisschen Herz. Herz. Ich brauch ein bisschen Herz. Was ist das hier eigentlich? Hier komm ich doch gar nicht hin. Muss ich hier warten? Hm. Alter, halt die Frasse, du scheiß Hund. Hey, konnte ich doch gerade irgendwas anvisieren? Was war denn das? Hey, ist doch irgendwas rot geworden gerade. Hä? Verarschen? Hallo? Bin ich der meiner Zwan? Ich hab keine Geschenke für dich. Geh weg. Ich sollte lieber auf dem Handy gucken, um so zu spielen. Das ist tausendmal besser. Alter, was ist das denn hier? Free Hug? Gib mir eine Umarmung! Gib mir eine Umarmung! Haut mal ab hier! Ich hab keine Geschenke für euch. Ihr wart böse. Es gibt auch keine Umarmung für euch. Ach, da sind wir wohl durch. So wie viel. So lang sind die denn? 170, dann gehen wir mal hier hoch. Ui, wir sind frei. Oh, das sieht cool aus hier. Hallo? Wo sind meine Geschenke? Na, wieder segnen. Seht doch mal! So. Ihr wart böse. So, hier können wir nochmal was freischalten. Die ist nix mehr zum Freischalten. Oh, hier ist der Schlitten. Guck mal, hier ist unser Schlitten. Oh, hier ist live. Ach, geil. Live-Gepair. Glück gehabt. Ich würde hier um jemanden rumschleichen. So. Ah, Marc, ich habe übrigens... Danke, dass du mir die... Warte mal, was steht da? Jo. Spiel mal Black Ops 2. Das gibt's nicht auf dem Handy. Muss mal ins Krankenhaus fragen, ob du ein Herz bekommst. Ja, Bu. Du bist der Weihnachtsmann. Zeig ihnen nochmal deinen Sack. Na gut, dann zeig ich ihm mal meinen Sack. So, komm mal her hier. Oh, jetzt hat er mir meinen Sack. Oh, ey, 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 ey. Hier, mein Sack. Ich verprügel dich mit meinem Sack hier. Komm her. Oh, ey, ey, ich muss mir hier Waffe... Toll, wir haben keine Munition... Munition mehr. Ach, Gott. Wo war ich gerade? Achso. Ähm, danke, dass du mir die... Die, die, äh, die Firma ausgelieben hast, Marc. Die waren cool. Und, äh, ähm... Ted war jetzt nicht so der Bringer, sag ich mal. Also, Ted war jetzt nicht so lustig... Oh, das ist nicht cool. Äh, Ted war jetzt nicht gerade... ...bombastisch, der Film. Also, der war jetzt nicht so... Wow, krasser Film, yay. Der war irgendwie... Pff, keine Ahnung, nicht so... War auch gar nicht so lustig und auch gar nicht versaut, wirklich. Also, keine Ahnung. So, nehmen wir mal das hier. Ich spiel mal am besten in die Story. Ha, wenn man eine Story sagen kann. Ähm, so. Schönes Wasser. Oh, da kommt ja schon einer rausgekrochen. Der Trigger ist noch, wie man sehen kann, als Halloween-Special, ähm, verkleidet. Oh, lol. Wo kommt ihr denn da? Diese Kürbis-Kopf-Kritte sind noch... Äh, Halloween-Special. Ähm, auf jeden Fall... Oh, hier gehst du hin. Auf jeden Fall, ähm, sind, ähm, die Filme cool gewesen. The Avengers war ein richtig geiler Film, Alter. Auf Blu-ray sieht das ja richtig geil aus. Sieht aus wie echt, ey. Das ist so... Boah, das ist so geil, so zu gucken. Also, ich muss mir mehr Filme von dir ausleihen, die sind... Also, auf Blu-ray ist echt der Oberbringer. Zum Glück hat mein letzter Oberbringer-Player, dass ich das abspielen kann. Da bin ich froh. Sonst wäre ich am Arsch. Auf jeden Fall richtig cool. Danke für die Filme, dass du mich hier ausprobieren hast. Ähm, wie gesagt, Ted war jetzt nicht so... Ich hab mir da echt was anderes vorgestellt unter diesen, äh... In Anführungszeichen, grandiosen... Oh, lol. Grandiosen Spiel, äh, äh, grandiosen, äh, Film. Und, ähm, jo. Auf jeden Fall, The Avengers ist echt geil auf ihm gewesen. War richtig geil. Auch noch diese unveröffentlichten Szenen zu sehen. Und dann noch, äh, die, äh... Haben wir wieder Muni? Ja, wir haben wieder Muni. Geil. Ähm, die unveröffentlichten Szenen waren richtig cool. Oder wie alles animiert ist und, und, und. Es war schon cool, das so zu sehen. Und, ähm, ja, auf jeden Fall danke nochmal hier an der Stelle, an Marc, dass er mir das dann so nett ausgegeben hat. Da konnte ich gestern schön die Stimme angucken. Ach, schon will ich die scheiß Säge. Scheiße ist ja nicht, aber... Wir haben einen Radius, die Viecher. Ähm, das ist echt enorm. So, gucken wir mal die nächste Kiste hier. Hier brauchen wir noch eine Kiste, haben das tatsächlich geschafft. Da haben wir die Kiste. Jetzt einfach durchrennen. Durchrennen einfach die Viecher in... Nein, nicht sterben. Wie, ich sterbe jetzt, wird's mich verarschen. Renn, 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 renn. Ja, geil, wir haben's geschafft. Bitches! Sieh! So, ähm... Du, bist ja weinigst, hast du schon die Programme auf den Stick gezogen? Nee, hab ich noch nicht, das muss ich noch machen. Äh, oh, lol, was ist das denn hier? 144? Ja, sicherlich nicht. Wir wollen keinen Granatenwerfer. Oh, das Wasser sieht cool hier aus. Sieht geil aus. Aber, sieht irgendwie nicht gerade Zombie-Apokalypse-mäßig aus. Was ist denn das da hinten? Da brennt ein Haus oder so? Äh... Na, nehmen wir nochmal die... Die Area und jetzt frage ich euch wieder, was wollt ihr... Ah, ich frage euch nicht. Kommt wieder so ein komisches Gedöns. Äh, du, äh, hier, Programm auf den Stick gezogen. Nee, das habe ich noch nicht, wie gesagt. Und, ähm... Äh, los, spiel mal Black Ops 2 im Livestream. Ähm... Ja, wie das mit dem PC als Livestream geht, weiß ich leider nicht. Da braucht man irgendwie so ein komisches Programm, keine Ahnung. Ähm... PC will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich habe keinen zweiten Bildschirm, um Kommentare von euch zu sehen, beziehungsweise... Äh... Ja... Außerdem, Holger, kannst du dir ja unser, äh, LPT angucken. Habe ich heute hochgeladen. Mit, äh, Text ist alles fertig. Morgen kommt der zweite Part, um 14 Uhr, glaub ich war das. Wird er freigeschalten. Ähm... Wo wir mit Lukas zusammengespielt haben. Black Ops 2. Also, Livestream werde ich immer nur mit der Elgarde zusammen machen. Also, das ist leichter. Das ist besser und leichter, find ich. Ähm... Dafür habe ich es ja auch immerhin, das war jetzt nicht gerade so lustig, das Ding. Alter, die treffen einen immer so extrem doll. Das ist unglaublich. Oh, nö. Ach, haut doch mal ab, dieses Mann. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Was steht denn da hinten? Skrub oder so? Keine Ahnung. Komm, wo ne Ahnung. Oh Gott. So, 5600... 15 Euro haben wir. Komm, hier. Ach, die kosten 1000. Cool. Was ist das hier? Review-Küter, aha. Ja, die Segel legen wir jetzt einfach mal ab hier. Ähm... Wo kann ich denn hier... Waffen kaufen? Ah, hier. Job. So, 7000. Aha, Upgrades. 9000, 5000. Wir haben 4000. Ach, scheiße. Damit wir jetzt hier schön die Shotgun holen können. Mann, die kosten auch alle Echtgeld hier. So ein Scheiß. Oh, lol. Wie sieht der denn aus? Rainmild, oh, der sieht cool aus. Hä, Aliengun. Kostet ja alle Echtgeld. Was für ein Scheiß. Die AK kostet kein Geld. Äh, so, hier. Spielgeld. Die Uzi kostet auch so... Warum? Wie krieg ich denn die? Muss ich dafür machen. 9. Achso, Level 9 muss man dann sein. Okay. Wir sind Level 7. Das ist nicht so toll. Oh, was ist das denn hier? Was soll das denn darstellen? Kenn ich gar nicht. Striker. Aha. Sieht ja alle lustig aus. Naja, wird wohl jetzt nichts hier mitkaufen. Dann, äh, machen wir mal hier Upgrade. Für 7000? Äh, wie viel kostet hier so ein schiebiges Upgrade? Sehr schiebig. So, die will ich jetzt hier umändern. Zu den... Dankeschön. Und wir machen jetzt nochmal hier so ein schicken... Äh, so einen schicken Kisten sammeln. Ähm. Sieht echt geil aus hier. Boah. Hammer. Okay. Ich freue mich schon auf Dead Trigger 2. Ich habe sie schon angespielt. Ähm. Ist echt geiles Spiel. Muss man nicht selber schießen, ne? Dann zieht sie einfach auf die Viecher, auf die Zombies, auf die Walker. Walker. Und dann sind sie dort. Macht denn hier. Woo! Macht es jetzt gemütlich. So, machen wir mal hier so ein Segel hin. Alter, mach eine Segel hin. Happy Birthday! Wee! Da freuen sie sich. Na komm zu mir. Komm her, Schatzi. Leute, die können ja... Nehmen wir mal alle. Warum leben die eigentlich noch? Die müssen da irgendwie nicht die Beine, sondern... So, komm mal her hier. Komm mal her. Ach her, die Kiste. Mann, wir dürfen die Kiste nicht vergessen. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Hier ist die Kiste. So, woher sind wir damit? Schön, dass wir gleich tot sind. Das freut mich ja extrem doll. Oh. Wer seid ihr denn? Ihr kriegt mir auf den Boden. So, hier aufgepasst. Ich fahre mal. Der klappt jetzt nicht ein. Richtig cool. So, gib mal Money. Toll, das ist Money, Zack. So, schnell zum Auto. Auto, ich komme. So, drei weitere Boxen. Na super. Oh oh. Ist immer so scheiße, dass die uns trotzdem bekommen. Das ist so kacke. So, hier ist die nächste Kiste. So, ich mache die hier mal kurz fertig. Wissen ist, wenn die Money leer ist. Ach so, da haben wir ja die zum Glück. Ich dachte gerade, scheiße. Wie soll ich das machen, bitte schön, wenn die Money leer ist. Und die haben keinen, die sind alle am Boden. Man verstehe es schon. So, mal weg hier. Ist gut, bam. Na danach, oh nee, der läuft ja. Komm, komm, stopp. Ja, ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr auf Kopf ziehen, aber wie ist... Oh nee, nicht so ein Kotzer. Fick dich. Oh nee, 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 nee. Ach, zwei Kisten. Okay, schon. So, wo ist denn jetzt die nächste Kiste? Die ist da oben. Ach du Scheiße. So, kommt mal hierher hier. Friecht mir am Boden. So, toll. Das Ding ist explodiert. What the? Alter, hau ab. Nein, 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 nein. Sonst geht's ganz schlecht. Ich hab jetzt keinen Bock zu verkacken. Dann sind die schönen Sägedinger umsonst gewesen. ich verarschen willst du mich verarschen diese verkackten scheiß spuckviecher ich ins knie super so machen wir ein bisschen asphalt 8 hier ich habe die dritte beziehungsweise ich habe die dritte Saison freigeschalten wie ihr hier sehen könnt das ist richtig geil was haben wir denn hier 21 Euro also Geld 21 Geld also boah wie ihr sehen könnt ich habe eben halt die dritte freigeschalten weil ich hier so ein bisschen gespielt habe neues Event nee das spielen wir jetzt nicht warum habe ich ach so den kann ich fangen das darf ich ja nicht was spielen wir jetzt die habe ich noch nicht gespielt so nee den wollen wir nicht haben ach den hab ich gekauft cool oder wie verstehe ich jetzt nicht so alles ok Fragezeichen hätte ich nur hinschreiben müssen so 3 2 1 hallo los so fahren wir mal ein bisschen hier bau das ist okay und surveillance bitte und driften hier wo he hier viel guy des betordinate bist du haben wir haben ab hier so und jetzt hier hat auch schade so und jeder war eine sprungschande verkauft verkauft hier seine kommt die schaffen kommt sprung dauer und da sind die infizierten so manchmal die normen weg hier hinter uns ist einer warum ab hier alter was macht ihr mit mir arschloch treu wie solchen jetzt die sprungschanze bitte schon schaffen schaffe ich doch niemals was auch die schaffe ich schnell luft ausgeschalten so ein pups gesicht also was war das denn jetzt hier fail oh ne gleich bin ich infiziert hier gleich bin ich infiziert leute 2 1 du bist infiziert und jetzt haben wir dauer und drohe joh jetzt geht's rund hier das müssen irgendwie mal leute kommen die wir platt machen können so dass wir auch infiziert bleiben 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 und jetzt hier wo da sind schon welche meine opfer kommt her mein opfer 1 2 3 jährige die quicktime dinger sind sogar und zwei und jetzt hier und drüften und ging fahren hier in der luft ja leute ich weiß nicht warum aber es hat nicht weiter aufgenommen beziehungsweise es hat nur noch bild aufgenommen den ton nicht mehr das werde ich das jetzt einfach mal rüber quatschen er hat tut mir leid wegen dem livestream dass er so scheiße aussieht danke wlan eigentlich sollte der 2 mb pro sekunde schaffe aber es schafft dann nur die internet leitung aber nicht der wlan deswegen wie gesagt wünsche ich mir bzw kaufen wir dann zu weihnachten also ich wünsche mir geld und kaufe dann zu weihnachten einen wlan der sehr stabil ist der 2 2 dual bänder hat 2,4 und 5 gigahertz der echt richtig gut ist richtig gut sein soll ich hoffe es ist auch so nicht dass ich dann dastehe und trotzdem funktioniert dann werde ich auf jeden fall besser streamen können hoffe ich theoretisch ja warum das so scheiße gelaufen ist ich weiß nicht keine ahnung tut mir echt leid deswegen ja auch wenn ich jetzt nicht wirklich so den game titel hatte dadurch haben natürlich nicht so viel zu gucken können beziehungsweise zugeguckt und ich habe auch einfach mal das video zu spät rausgebracht das informationsvideo dass ich den livestream jetzt mache um 15 uhr bis 17 uhr war zwar nur bis ich glaube bis 16 uhr 30 oder so heißt geschrieben weil das hat einfach nichts mehr gebracht weiter zu streamen und trotzdem bedanke ich mich an die die zugeguckt haben wie zum beispiel mark und holger bedanke ich mich sehr herzlich an die beiden dass sie mitgeguckt haben auch mit kommentiert haben auch wenn es lustig war und manchmal nicht und ja ich finde schade dass vielleicht liegt auch an egal so jetzt dass der ton nicht mehr aufgenommen wurde also ich weiß es nicht auf jeden fall der ton ist nicht mehr da die stimme ist nicht mehr da deswegen wie gesagt quatsch ich das jetzt einfach mal ein bisschen rüber diesmal mit out of city da hört sich natürlich tausend mal besser an und ja was können wir noch sagen ich könnte das ein bisschen live kommentieren warum das so scheiße aussieht ja wie man sieht da ist so ein komischer rahmen ringsrum der geht nicht weg ich weiß nicht warum also keine ahnung das sieht leider so aus ja 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 naja was über was könnte ich jetzt reden ja 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 weiß nicht ich kann ja mal fragen an die die jetzt vielleicht noch gucken ich glaube nicht dass irgendjemand jetzt noch guckt weil das muss ja schrecklich sein jetzt eine stunde in so einer schäbigen grafik gesehen zu haben dann noch irgendwie die stimme zeit zeitverzogen ich habe irgendwie noch gehört dass da am ende das ende vom vom von aufnahme war von der stimme her und vom sound her aber nicht das ende vom spiel ähm ist alles nicht so gelaufen wie ich wollte ähm der test letzte woche ist besser gelaufen ich habe zwar da nicht aufgenommen dadurch weiß ich natürlich nicht aber es hat besser geklappt mit dem stream und da hatte ich auch einen richtigen titel für das äh für das spiel dadurch habe ich natürlich auch mehr geguckt und ähm aber mir geht es ja auch nicht darum sondern es sollte einfach nur ein abo special sein ich wusste nämlich nicht was ich machen soll ein gewinnspiel kann ich schlecht machen wenn ich gerade Geld ausgegeben habe für ein spiel was auskommt ähm ja pfff irgendein gewinnspiel ging an dem zeit schlecht ähm ein ähm ähm video special video wusste ich auch nicht was ich machen sollte ich habe ja so eine art face äh face cam video gemacht mit the woods ähm sollte eigentlich special sein aber irgendwie habe ich es dann früher herausgebracht naja dann ist es so ähm seht das einfach mal als so eine art special ähm dass ich da facecam gemacht habe und äh ja auf jeden fall habe ich auch wenn ich jetzt auch wenn es scheiße gelaufen ist jetzt mit dem live stream lade ich es trotzdem hoch für die die es unbedingt sehen wollten was ich nicht glaube dass irgendjemand sehen möchte ähm und ähm jo wenn ich mal wünsche habe ich hoffe ihr habt trotzdem ein bisschen spaße zu gucken falls ihr das denn gucken tut ich mein wer guckt denn bitte schon eine stunde und 13 minuten insgesamt ähm hier irgendeinen scheiß äh äh ja wenn es wenigstens in 10 80p oder 7 20p wenigstens wäre dann würde ich es ja noch verstehen wenn da noch einer gucken würde aber naja auf jeden fall wenn es falls noch einer gucken sollte dann danke dafür dass du äh das trotzdem guckst Prozent trotzdem das so schämlich aussieht und so um Müllhaft ist und ein bisschen durchgeworden ist um und um nur um zum kochamark und folgert wie gesagt um ich hoffe mal dass es dann ist ja ein bisschen besser läuft wenn ich dann zu Weihnachten wie gesagt mit dem WLAN kaufe und und ähm jo es liegt wirklich eher gesagt am WLAN vielleicht liegt es auch jetzt mit der Elgato zusammen mit diesen ähm Fail aufnehmen jetzt gerade weil ich einmal den Livestream abgebrochen habe und dann wieder weitergemacht habe da ist die glaube ich ein bisschen durcheinander gekommen könnte ich mir vorstellen sonst wüsste ich nicht warum der nicht weiter aufnehmen sollte ähm ja dass der WLAN das mit dem Livestream nicht geschafft hat könnte könnte wie gesagt also nicht könnte sondern liegt sicherlich daran dass es so ein scheiß WLAN ist so ein billig WLAN von Vodafone und ähm jo das der nicht so stabil läuft ist klar ich muss den jeden Tag neu starten eigentlich soll man das ja nicht machen aber ich muss das leider machen denn sonst kann ich keine Let's Plays oder sonstiges gucken und nix hochladen denn es dauert dann nochmal ein paar Jahre bis das dann geschafft hat wenn ich hier an meinen Fernseh Let's Plays gucke dann ist der eigentlich relativ stabil und ist schnell solange nur ein Gerät dran ist ähm ich will jetzt nicht wissen wie es gewesen wäre wenn ich mein Handy WLAN an hätte und dann noch PC und da Livestream mache und dann noch Modern Combat äh spiele dann ne das wäre gar nichts gewonnen wette ich ähm ja ich hab grad kaum jemand deswegen schmatzig so äh ja was könnte man noch sagen brrrr ich hoffe es hat's also vom Sinn her falls noch einer gucken sollte vom Sinn her ähm wenigstens etwas Spaß gemacht beziehungsweise ähm ob man denn es so machen kann äh weil naja wie man gesehen hat schätze ich mal dass äh diese 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 Spielreihe die ich da gemacht habe in Anführungszeichen ähm diese Spielreihe ob das ne gute Idee ist ob ich das machen soll oder nur ein Spiel machen soll das dann nur ne halbe Stunde machen soll oder so also wie ich denn das später machen soll wenn ich denn mal Livestream mache es macht mir eigentlich Spaß ich bin da eigentlich mal so ein bisschen aufgeregt früher war ich immer aufgeregt ein Let's Play zu machen jetzt ist es beim Livestream ähm und äh ja das ist so meine Laune ein bisschen versaut hat in Minecraft gerade ich habe noch ein bisschen Minecraft aufgenommen weil ich habe ja gestern ein paar Gameplays aufgenommen und ähm ja hab dann paar Gameplays aufgenommen und 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 ähm wusste nicht also ja hab dann gestern wie gesagt was aufgenommen und heute dann auch noch den Livestream gemacht und dann noch zwei Parts Minecraft aufgenommen Pocket Edition und ähm ich hoffe mal dass das reichen tut ähm weil ich halt aufgenommen habe gestern war es eigentlich sehr spartig jetzt nachdem Livestream so ein bisschen scheiße gelaufen ist hier sieht man ja gerade mein Text äh mein Text danke trotzdem dass welche jetzt geguckt haben toller Bilder an Juhu ähm ja auf jeden Fall vielen vielen Dank trotzdem dafür und äh ja das ist jetzt scheiße vielleicht mach ich ja noch Musik rein oder so das ist nicht so scheiße langweilig ist weil ich hier die ganze Zeit nur rede und Müll und im Hintergrund siehst du ja in 360p so ein Scheiß da wie ich da ach keine Ahnung ist im Teil Müll jetzt zum Beispiel ich weiß nicht warum die Aufnahme dann nicht weiter aufgenommen hat äh Speicher müsste theoretisch noch viel da sein er hat nicht weiter aufgenommen also gleich ist die Aufnahme abgebrochen eigentlich habe ich eine Stunde und 30 aufgenommen ist nur eine Stunde 13 hier und ähm jetzt sehen wir auch gleich das Outro jetzt hier explodiert aha und weg war ich und da kommt das Outro und deswegen Leute trotzdem danke dafür alles es ist sehr laut gerade danke dafür kann ich es leichter stellen ne kann ich nicht ähm trotzdem danke dafür und wir sehen uns dann in einer Let's Play oder wo auch immer falls einer noch geguckt hat bis dahin Leute Ciao 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 Ciao